Herzlich willkommen bei device.de. In der Welt der Speicherlösungen stehen externe Hard-Disk-Drives trotz des Aufkommens von Solid-State-Drives weiterhin an vorderster Front. Während SSDs für ihre Geschwindigkeit und Leistung bekannt sind, bieten HDDs eine Reihe von Vorteilen wie Kosteneffizienz und hohe Speicherkapazität, die sie zu einer attraktiven Option für viele machen. In diesem Video präsentieren wir dir eine Auswahl aktueller externer HDD-Festplatten, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Wir werden die Vorzüge und Schwächen jeder Festplatte ausführlich besprechen und die wichtigsten Eigenschaften kurz erläutern, um dir bei der Wahl des richtigen Produkts zu helfen. Falls eine der vorgestellten Festplatten dein Interesse weckt, findest du den entsprechenden Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, dass dir unser Video gefällt und freuen uns, wenn du unseren Kanal abonnierst. Vergiss nicht, die Benachrichtigungsfunktion einzuschalten, damit du kein zukünftiges Video verpasst. Viel Spaß beim Anschauen und los geht's! Das erste Modell ist die 2TB-Version von Intenso Memory Case Portable Hard Drive. Diese tragbare externe Festplatte bietet viel Speicherplatz und ermöglicht dank ihres USB 3.0-Anschlusses eine schnelle Datenübertragung. Die Festplatte ist in der Farbe schwarz erhältlich und besteht aus Kunststoff. Mit einer Umdrehungsgeschwindigkeit von bis zu 5400 Umdrehungen pro Minute bietet die Festplatte eine solide Leistung. Sie verfügt außerdem über einen 8 MB Cache, der die Zugriffszeiten optimiert. Das Modell ist optimal für die Sicherung privater Daten geeignet und zeichnet sich durch ihr geringes Gewicht aus, was sie sehr portable macht. Sie benötigt keine externe Stromversorgung, da sie über das mitgelieferte USB-Kabel mit Strom versorgt wird. Die Festplatte ist im FET32-Format vorformatiert und bietet eine Speicherkapazität von 2 TB. Dies ermöglicht es dir eine große Menge an Daten wie Bilder, Videos, Dokumente und vieles mehr zu speichern. Insgesamt ist das eine zuverlässige und praktische externe Festplatte, die dir viel Speicherplatz und schnelle Datenübertragungsraten bietet. Mit ihrem schlanken Design und der einfachen Handhabung ist sie eine ideale Lösung zur Sicherung und Transport deiner Daten. Das zweite Modell auf unserer Liste ist der WD Elements Desktop-Speicher mit einer beeindruckenden Kapazität von 16 TB. Diese externe Festplatte bietet eine einfache Möglichkeit, den Speicherplatz seines Computers zu erweitern. Das schlanke und stilvolle Design macht sie nicht nur funktional, sondern auch optisch ansprechend. Mit 16 TB Speicherplatz hast du ausreichend Platz, um all deine Fotos, Videos, Musikdateien und Dokumente an einem Ort in bewährter WD-Qualität zu sichern. Durch die Übertragung der Daten von vollen Computern auf den Desktop-Speicher kann man auch die Leistung deines Computers verbessern. Die WD Elements HDD Festplatte ist stoßfest und langlebig, was bedeutet, dass du deine Daten sicher aufbewahrst. Sie entspricht den hohen Qualitätsstandards von WD und bietet dir somit eine zuverlässige Lösung zur Datensicherung. Die Festplatte ist sowohl mit USB 3.0 als auch mit USB 2.0 kompatibel, sodass man sie mit verschiedenen Geräten verwenden kann. Zusätzlich erhält man eine zweijährige Garantie, die dir zusätzliche Sicherheit bietet. Weiter geht es mit der Union Cine externe 4 TB Festplatte. Das ist eine ultradünne und tragbare 2,5 Zoll Festplatte mit einem USB 3.0 Anschluss. Das aktualisierte Design umfasst ein rutschfestes Gehäuse, was eine bessere Handhabung ermöglicht. Dieses Modell ist mit verschiedenen Systemen kompatibel, darunter Windows, Mac, Linux, Android, TV, PC, Laptop, PS4 und Xbox. Egal welches Gerät du verwendest, du kannst diese Festplatte problemlos anschließen und sofort nutzen. Es ist keine zusätzliche Softwareinstallation erforderlich. Der Festplattenchip ist mit einer Aluminium-Anti-Interferenz- Schicht umwickelt, die die Wärmeableitung verbessert und deine Daten schützt. Dadurch wird eine effiziente und zuverlässige Leistung der Festplatte garantiert. Dank der USB 3.0 und USB 2.0 Anschlüsse bietet das Modell ultra schnelle Datenübertragungen. Theoretisch können Lesegeschwindigkeiten von bis zu 120 MB pro Sekunde und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 103 MB pro Sekunde erreicht werden. Das ermöglicht dir eine schnelle Übertragung großer Dateien wie Videos, Musik oder Fotos. Im Lieferumfang findest du eine externe Festplatte mit einem USB 3.0 Kabel. Darüber hinaus bietet der Hersteller eine Garantie von drei Jahren, was dir zusätzliche Sicherheit gibt. Alles in allem ist dieses Modell eine praktische Lösung, um deine Daten zu speichern und mit verschiedenen Geräten zu nutzen. Mit ihrer schlanken Bauweise und der einfachen Plug-and-Play-Funktion bietet sie dir eine bequeme und zuverlässige Möglichkeit, deine Daten zu sichern und zu transportieren. Das nächste Modell ist der WD Black P10 Game Drive. Das ist eine externe Gaming-Festplatte mit einer Kapazität von 5 TB. Diese robuste und mobile Festplatte wurde speziell für Gamer entwickelt und bietet zahlreiche Vorteile. Mit den WD Black Game Drives kannst du deine PS-Spiele speichern und Platz auf deiner Konsole schaffen. Dieses Modell bietet eine beeindruckte Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 140 MB pro Sekunde, was die Leistung deines PCs oder deiner Konsole steigert. So kannst du dein Gaming-Erlebnis ohne Einschränkungen genießen. Die Festplatte ermöglicht es dir, deine Lieblingsspiele einfach und sicher zu bewahren. Dadurch hast du deine Spielesammlung immer griffbereit, um spontane Gaming-Abenteuer mit Freunden zu erleben. Das Gehäuse der externen HDD ist stoßfest und robust, was bedeutet, dass du sicher spielen kannst, egal wo du bist. Einfach anschließen, anmelden und jedes beliebige Spiel starten. Auf der Festplatte mit kannst du bis zu 125 Spiele speichern. Zusätzlich erhältst du eine schnellen Installationsanleitung, um den Einstieg zu erleichtern. Der WD Black P10 Game Drive ist die perfekte Lösung, um deine Gaming-Sammlung zu erweitern und mehr Speicherplatz für deine Spiele zu haben. Mit seiner mobilen und robusten Bauweise bietet er dir Flexibilität und Sicherheit, damit du deine Spiele überall hin mitnehmen kannst. Wusstest du eigentlich, dass Western Digital nicht nur für seine herausragenden Speicherprodukte bekannt ist, sondern auch eine beeindruckende Geschichte von strategischen Übernahmen vorweisen kann? Im März 2011 übernahm WD Hitachi GST für 4,3 Milliarden US-Dollar. Diese Akquisition stärkte die Position von WD als einer der größten Festplattenhersteller der Welt. Ein weiterer bedeutender Schritt erfolgte im Oktober 2015, als Western Digital ankündigte, den Flash-Speicherspezialisten Sandisk für 19 Milliarden US-Dollar in Aktien und Bar zu erwerben. Diese Übernahme markierte den Einstieg von WD in den wachsenden Markt für Flash-Speicher und ermöglichte es dem Unternehmen, sein Produktportfolio weiter zu diversifizieren. Wenn du weitere interessante Fakten über WD oder Erfahrungen mit WD-Produkten teilen möchtest, hinterlasse es gerne in den Kommentaren. Das letzte Modell, das wir betrachten werden, ist die Seagate Expansion Desktop-Festplatte. Das ist die perfekte Lösung für all deine Speicherbedürfnisse zu Hause oder im Büro. Mit einer riesigen Speicherkapazität von 20 TB bietet sie ausreichend Platz für Fotos, Filme, Musik und vieles mehr. Das Beste daran ist, dass die Sicherung und Übertragung von Inhalten denkbar einfach ist. Einfach per Drag & Drop. Die Einrichtung der Festplatte ist ein Kinderspiel. Schließe sie einfach über das mitgelieferte 45 cm lange USB 3.0 Kabel und das 18 Watt Netzteil an dein Windows- oder Mac-Computer an. Keine zusätzliche Software ist erforderlich und falls du die Festplatte mit Apple Time Machine verwenden möchtest, musst du sie lediglich neu formatieren. Mit dieser Festplatte erhältst du unkomplizierten Zusatzspeicher für deinen Computer. Egal ob Urlaubsfotos, Filme oder Playlisten, du kannst alles auf dieses Laufwerk ziehen und dort sicher aufbewahren. Der enorme Speicherplatz des Expansion Desktop Laufwerks ermöglicht es dir, Platz auf deinem Computer freizumachen, indem du die Speicherkapazität erweiterst. So kannst du mehr Dateien speichern, ohne dass dein Rechner überfüllt ist. Als zusätzlichen Vorteil bietet die Festplatte den Rescue-Dienst. Sollte es zu unvorhergesehenen Ereignissen wie Wasserschäden oder Naturkatastrophen kommen, bist du durch diesen Datenrettungsdienst abgesichert. Du brauchst dir keine Sorgen um Datenverlust oder die damit verbundenen Kosten machen. Wir hoffen, dass dieser Bericht dir einen hilfreichen Überblick über externe HDD-Festplatten bieten konnte und dir bei der Wahl des richtigen Modells geholfen hat. Solltest du weitere Fragen oder Anmerkungen haben, zögere nichts in den Kommentaren zu hinterlassen. Wenn dir dieser Bericht gefallen hat und dir bei deiner Entscheidung geholfen hat, würden wir uns freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst und ein Like hinterlässt, um uns bei der Erstellung weiterer Inhalte zu unterstützen. In der Beschreibung des Videos findest du weitere Informationen und Links zu den besprochenen Modellen, falls du mehr darüber erfahren möchtest. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei device.de